hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video question and answer ja mir ist nämlich aufgefallen dass auf meinem kanal gar kein q&a vorhanden war bisher und deshalb habe ich auf instagram und facebook nach fragen gefragt die euch interessieren die ich einmal für euch beantworten soll dabei waren natürlich auch fragen die ich teilweise auch schon ausführlicher im videos beantwortet habe vorweg war das zum beispiel wie kam ich zum reiten woher habe ich ruby woher habe ich q also wie kam ich zu q wann kommt q nach hause und ganz beliebt wie fischer bracken habe ich ja das sind natürlich sachen die habe ich einfach schon mal ausführlich wirklich beantwortet um das kurz zu machen ich stelle euch in der infobox einmal die links ein zu den videos weil das sind manchmal einfach auch geschichten wirklich die kann ich nicht kurz irgendwie zusammenfassen sondern sind einfach umfangreicher und das würde einfach den rahmen dieses videos extrem sprengen wenn ich das jetzt alles noch mal erzählen würde und genau deshalb findet ihr quasi zu häufigen fragen wo schon videos gibt unten in der infobox infobox besonders infobox natürlich alle infos beziehungsweise alle links zu den entsprechenden videos fangen wir also einfach mal an mit meinen antworten zu euren fragen und es waren teilweise echt interessante fragen ich habe das einfach quer durcheinander gewürfelt es gibt keine wirkliche reihenfolge oder hierarchie oder sonstiges bei den fragen sondern wir gehen einfach nach und nach alle durch und fangen an mit frage nummer 1 nämlich wie oft gehst du q besuchen das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich aber in der regel kann man sagen alle vier bis sechs wochen das kommt leider nicht öfters dazu weil er halt einfach wirklich weiter weg steht also wir fahren zwei stunden eine fahrt hin das heißt wenn wir hinfahren rückfahrt dann ist man noch mal ein bisschen an der koppel will ein bisschen gucken und so ist man einfach schon mal mindestens fünf bis sechs stunden irgendwie unterwegs und das kann ich nicht zwischendrin einfach irgendwo einbauen daher beschränkt sich das auch alle vier bis sechs wochen was er aktuell noch nicht so schlimm ist weil er ist ja noch einfach auf der wiese und er ist ja noch nicht irgendwie in arbeit oder so und darf er sein leben noch genießen außerdem da wo er steht ist er wirklich bestens umsorgt und die gucken immer jeden tag nach denen und alles und deshalb mache ich mir da keine gedanken und freue mich einfach umso mehr auf die zeit die bald kommt wenn er dann richtung heimat kommt was sind deine weiteren ziele mit ruby die frage ist eigentlich relativ einfach beantwortet denn mein ziel mit ruby ist einfach die gesunderhaltung dieses pferdes das heißt darauf zu achten dass er nicht weiter abnimmt oder dass die muskulatur jetzt auch mal erhalten bleibt das funktioniert jetzt auch schon ganz gut also er sieht diesen winter gott sei dank nicht so schlecht aus wie den letzten winter ja gymnastizierung dass einfach das pferd auch ein bisschen in bewegung bleibt also dass es ihm einfach gut geht und dass er noch spaß an seinem leben hat und alles so machen kann ausnutzen kann rumbocken kann wie er will das ist eigentlich mein ziel diesem pferd einfach einen schönen sportrentner-rentnerleben wie auch immer zu ermöglichen werden q und ruby irgendwann in einem stall stehen irgendwann bestimmt wann das sein wird das kann ich einfach absolut nicht einschätzen das kommt auch ein bisschen darauf an wie läuft die ausbildung mit q wie benimmt er sich und was weiß ich was also das ist so ein bisschen schwer zu sagen mein ziel mein wunsch ist es natürlich dass die beiden in einem stall stehen weil dann ist es auch für mich irgendwann einfacher und ich brauche nicht hin und her pendeln und ich habe einfach meine beiden babys zusammen an einem ort wie alt sind ruby und q kurz und knapp ruby wird im juni 22 und q wird im mai drei jahre alt wie oft bist du schon vom pferd gefallen ganz ehrlich das eine frage die kann ich nicht beantworten weil ich einfach aufgehört habe zu zählen und das ist nicht weiß ich bin von ruby tatsächlich nur zwei mal runtergefallen in den letzten 15 jahren vor meiner erst von meinem ersten pferd von meiner ehemaligen stute bin ich eigentlich wöchentlich runtergefallen ich bin bei meinem trainer lehrgang in dillenburg runtergefallen im gelände oder beim gelände springen ich bin früher als die schuhpferde geritten bin sehr viel runtergefallen weil ich durfte auch und ich wollte auch immer so ein bisschen die frecheren pferde auch mal reiten und ja die neueren also ich bin in meinem leben sehr sehr oft runtergefallen tatsächlich aber die letzten zehn jahre glaube ich erst also was heißt insgesamt nur drei mal das ist auch tatsächlich so ein grund warum ich so ein bisschen mit dem jungen pferd man ich glaube man verlernt runterfallen wenn man einfach zehn jahre lang auf einem pferd saß der die ruhe in person quasi ist dann wird das mit so einem jungen sehr sehr spannend möchtest du mit q eher dressur oder springen reiten eigentlich ganz einfach beantwortet dadurch dass ich ein springschlüssel ist möchte ich natürlich in die dressur gehen wir müssen aber natürlich erst mal schauen wie bietet es fährt sich denn überhaupt an und hat er denn überhaupt in anführungszeichen potenzial dazu potenzial ist für mich immer relativ ich meine ruby wenn man sich vom gangbild und so anguckt hat er auch nicht das potenzial für die dressur gehabt und hat es trotzdem super gemacht ich werde natürlich auch schauen dass wir das springen bei q auf jeden fall irgendwie gerade in den jüngeren jahren natürlich auch fördern um einfach zu sehen wo liegt liegt denn der schwerpunkt bei dem pferd ob ich irgendwann aber jetzt habe ich aufs mikro gehauen tut mir leid ob ich irgendwann noch mal bereit bin zu springen und auf dem turnier zu springen das steht in den stern das muss man einfach echt gucken vielleicht keine ahnung packt mich packt mich und ich fange mit dem jungen pferd zusammen wieder bei null an zu springen vielleicht lasse ich auch ganz ich kann es einfach aktuell nicht beantworten dafür muss ich dieses pferd einfach auch erst mal kennenlernen aber wunschmäßig möchte ich natürlich schon in die dressur gehen war es für dich schwer zu verkraften dass ruby krank ist also es war definitiv am anfang in der hinsicht ein schock aber jetzt nicht in der hinsicht ich glaube das kann man schnell falsch verstehen also es war jetzt nicht so nach motto so es ist der krank nein um gottes willen es war für mich eigentlich der schock weil mir eine krankheit gesagt wurde mit der ich noch keine berührung hatte die ich nicht kannte und ich wusste um was es geht im prinzip das war eigentlich so der schock moment also dass man halt dann wirklich ja nicht durch wühlen muss und sonstiges um zu erfahren und was geht es denn bei der krankheit überhaupt wenn auch gerade tierarzt nicht in der lage ist ein da entsprechend auch noch aufzuklären das war eigentlich so das schlimme verkraftet habe ich eigentlich relativ gut weil ich natürlich relativ schnell oder schnellstmöglich dazu fähig sein wollte einfach meinem pferd zu helfen und hat auch alles in erfahrung bringen wollte und wie gesagt cushing ist eine so riesen krankheit und da gibt es so viele aspekte und bis heute verstehe ich noch nicht alles von dieser krankheit aber es war einfach mein ziel das ist eigentlich auch mal wieder mein ziel mit der gesunderhaltung dem pferd so schnell wie möglich linderung zu verschaffen oder beziehungsweise ihm ja sein leben noch sehr angenehm zu gestalten und und deshalb will ich jetzt nicht sagen also wie gesagt hat mich im ersten moment geschockt aber ich war jetzt nicht am boden zerstört sondern es war wie eine neue aufgabe dass ich mich jetzt darauf konzentrieren musste wir müssen jetzt einen weg finden wie es für uns alle machbar und angenehmer ist springst du mit ruby noch nein das tue ich nicht mehr das hat einfach diverse gründe ich meine ruby hatte ja 2010 auch schon sehnschaden vorne an beiden füßen einer tiefen beugesehne der ist einfach nicht mehr hundertprozentig fit auf dem bein und deshalb ja und ich noch als schützer oben drauf springen wir einfach nicht mehr im sommer wenn jetzt mal auf dem springplatz reite und da steht mein kreuz ja da reite ich mal ein paar mal drüber aus spaß aber ich reite jetzt keine springstunde oder sonstiges mehr möchtest du mit q auch turniere reiten ja möchte ich das ist eigentlich relativ einfach beantwortet ja würde ich sehr gerne wenn es zwischen uns passt dann ja wie groß ist ruby wie groß ist q und wie groß bist du eine frage die sehr oft kam oder fragen ruby ist 172 der q ist aktuell ungefähr 165 ist seitdem er ist in den letzten drei wochen noch gewachsen und ich bin 162 was war dein traumziel welches du mit ruby erreicht hast und mit q erreichen willst man hat ja so ja seine wünsche und träume mein traum war ist tatsächlich am anfang mal erfolgreich in der e-dressur zu reiten und dann habe ich mir meine ziele halt immer weiter gesteckt und als man also gemerkt hat so ein bisschen mit m dressur hat sich quasi mein traum erweitert und mein traum war es einmal mit dem pferd es platziert zu sein also mit ruby es platziert zu sein und das konnte ich mir ja auch im jahre 2015 gott sei dank noch erfüllen und habe mein traumziel was jetzt gerade so turnier reiten angeht wirklich erreicht ansonsten ist es jetzt nicht so dass ich jetzt im umgang mit dem pferd großartig ziele habe also das harmonische miteinander dass die verbindung mit dem pferd das ist so für mich tagesordnung das ist kein ziel also ich möchte mit meinem pferd zusammen viele schöne dinge machen und sowas aber das sind für mich einfach keine ziele sondern das ist für mich standard also norm das möchte ich eigentlich jeden tag erreichen ziel mit q das ist echt ganz schwer zu sagen weil ich einfach dieses pferd einfach ja noch nicht kenne also ich weiß immer noch nicht ich meine klar man kennt ein bisschen von der wiese oder so aber ich habe ihn noch nicht jeden tag bei mir ich kann nicht sagen das und das ist der für ein typ und das und das können wir mit dem machen ich meine klar ist es schon da mal irgendwo hinzukommen wo ich mit ruby war dass es wäre natürlich wirklich ein traum und mein wunsch ist auch dass er vielleicht noch ein bisschen mehr potenzial eben mitbringen für die dressur aber ich glaube wenn es nicht so ist dann ist es nicht so also dass das würde jetzt nicht den boden unter den füßen weg reißen und ich würde sagen oh mein gott aber ein wunsch wäre es auf jeden fall oder ein traumziel ist es auf jeden fall für mich mit dem q auch erfolgreich auf turnieren unterwegs zu sein welches top dressur pferd würdest du gerne mal reiten relativ auch einfach und schnell gesagt ich würde gerne mal franziskus von ingrid kimke reiten kommst du aus einer reiter familie also meine eltern sind keine reiter waren auch nie reiter aber tatsächlich haben wir von meinem paten onkel die frau die hat ein pferd gehabt früher auch als ich klein war und nämlich in den ferien öfters mal geritten aber jetzt nicht so dass ich jetzt sage ich bin quasi in stall geboren so wie der ein oder andere vielleicht fehlt dir der turniersport mit ruby definitiv ja bin ich ganz ehrlich mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt im ersten jahr 2016 habe ich ihn furchtbar vermisst in 2017 habe ich ihn immer noch stark vermisst und jetzt vermisse ich ihn immer noch sehr gerade jetzt um diese zeit wo man jetzt einfach im fehl ist eine turnier vorbereitung und wir sind jetzt alle dran startklar zu machen wir stellen unsere outfits zusammen und wir trainieren in höchstform und was weiß ich was weiß bald losgeht ja das vermisse ich schon man muss aber auch einfach dazu sagen ich bin 13 jahre lang mit ruby turnier geritten wirklich und das heißt ich habe 13 jahre lang wirklich immer ein ziel verfolgt nämlich mein pferd und besonders mich immer zu verbessern das heißt wir haben eine turniersaison gehabt dann hatte ruby vier wochen koppelpause und bis zum gymnastizierende arbeit also nur vorwärts abwärts ohne richtig training ja und dann ist man halt eigentlich im november schon wieder in die turnier vorbereitung gestartet in die winterarbeit hat sich verbessert hat geguckt wo kann man an welchen sachen kann man feilen und wie können wir uns weiterentwickeln wie kann ich mich weiterentwickeln und dann war die neue turniersaison eigentlich auch schon wieder da und dann ist man losgefahren morgens um fünf aufgestanden und bei 30 grad irgendwo aufs turnier gefahren und was ist ich war es oder im strömenden regen in der prüfung geritten und abends um 21 uhr wieder nach hause gekommen am besten von oben bis unten noch komplett durchgenässt und voller schlamm oder so ein kram aber was man hat ich habe es echt gerne gemacht ich habe tatsächlich ich bin echt super super gerne turnier geritten und mir ging es nicht um die schleifen sondern ich fand einfach erst mal das miteinander auch super ich habe in den jahren echt ganz ganz tolle leute und echt auch freunde auf dem turnierplatz ja finden dürfen und ja immer diese dieser ehrgeiz eigentlich schon so ein bisschen dahinter halt eben sich selbst immer was beweisen zu wollen also ich wollte mir selbst was beweisen ich wollte mich selbst verbessern weil ruby oder unsere wertnoten blieben manchmal hinter der unserer möglichkeiten zurück weil es halt selbst einfach nicht auf eine karne bekommen habe ja und das ist einfach so mir hat spaß gemacht und ja und deshalb weil es mir einfach so spaß gemacht hat und ich glaube ich da auch immer mit sehr relativ locker auch auf dem turnier war jetzt nicht zu locker wie mal jetzt nicht alles scheißegal aber ich weiß auch nicht so verbissen ehrgeizig vermisse ich schon weil man gerade so jetzt nach der diagnose damals und es eigentlich ja relativ schnell klar war dass wir ruby auch aus dem sport nehmen da steht man das erste mal wie so von der lehre weil man hat ja jetzt kein ziel mehr wo man hin arbeitet also man muss sich neu erfinden im prinzip das haben wir auch geschafft und ich glaube wir schaffen es immer noch also wir finden ja immer noch neue sachen auch für uns aber es ist halt ersetzt halt trotzdem einfach nicht den turniersport für mich und ihr wisst ich bin nicht der klassische turnierreiter dazu kommen wir später auch noch mal also ich habe ja nicht sechs mal die woche aufs übelste trainiert und gemacht und getan also ich habe auch zu unserer aktiven zeit drei maximal vier mal die woche geritten und ansonsten gelände laufen lassen springen longieren oder sonstiges oder ja also es ist jetzt nicht so dass ich jetzt so verbissen war und ich habe das eigentlich auch vom training her manchmal sehr locker genommen aber bewusst halt auch ja ich vermisse welche lektion in der dressur reitest du am liebsten und welche nicht also ich kann euch schon mal sagen welche ich nicht gerne reite und zwar hasse ich links traversalen weil links ist meine schwächere seite rubis schwächere seite ist nach links nein ich mag sie nicht also daher kam mir nie mit klar nach rechts ist es ein bisschen besser lieblings lektionen sind ganz ich liebe fliegende wechsel reiten bin ich echt ehrlich und zulegen lassen im galopp und also so war es halt dass das morgens sehr gern bereitet ihr die kommende zeit mit q irgendwie sorgen ja also ich sag mal natürlich macht man sich auch sorgen nämlich einfach ich mache mir sorgen ob ich das alles zu gebacken bekommen mal abgesehen davon zwei pferde in zwei verschiedenen stellen das war ja wie gesagt nicht anders möglich das habe ich ja in dem q video ausführlich erklärt ist wie auch gesagt in der infobox auch verlinkt ist aber ich bin auch grotten ehrlich meine größte sorge ist eigentlich verschaffe ich es finanziell das wird sich halt einfach zeigen ich hoffe ich wünsche es mir dass ich schaffe aber es ist natürlich eine nummer zwei pferde zu unterhalten und gerade bei uns hier im rhein-main-gebiet ist das echt eine nummer da kann ja jeder mal einfach mal googeln da sieht man was die boxen preise hier im rhein-main-gebiet wie die so sind also da fängt man halt schon manchmal bei 400 500 euro pro box an und da hat man noch kein unterricht und da hat man noch was weiß ich kein service und keine koppel und alles deshalb ist das auf jeden fall eine knackige nummer und das ja macht mir definitiv sorgen und da mache ich mir sehr viele gedanken drüber aber ich versuche das so ein bisschen abzuschalten und versuche jetzt erstmal die zeit die kommt zu genießen in der hoffnung dass ich das irgendwie schaffe wie oft reitest du ruby in der woche und was macht ihr sonst so also aktuell kann man eigentlich sagen reite ich oder wird ruby drei bis viermal geritten von mir und meiner reitbeteiligung also meine reitbeteiligung kommt ja einmal die woche manchmal auch zweimal wenn sie ein bisschen flexibler ist und wenn sie zeit und lust hat und das kommt mir natürlich auch entgegen deshalb gucken wir immer also drei bis viermal die woche wie gesagt wird da geritten und ansonsten longiere ich viel es gibt auch mal wochen wenn er vielleicht nicht so gut drauf ist da reite ich halt eben nur zweimal und mache ein bisschen mehr abwechslung also ein bisschen mehr bodenarbeit longieren laufen lassen spazieren gehen was weiß ich also ruby hat keinen festen stehtag der wird immer bewegt aber ich habe das nicht mehr so dass ich jetzt sag das ist mein plan ich gucke dass ich ihn bewege weil ich muss ihn bewegen einfach auch von der muskulatur her dass er nicht wieder so abbaut und das was wir jetzt endlich wirklich nach der krankheit wieder aufgebaut haben ja longieren macht uns im moment viel spaß also so und da passt auch schon echt die nächste frage wie longierst du ruby und longierst du mit ausbindern ausbindern ja das ist ja ein spezielles thema da hatte ich ja echt eine super super interessante diskussionsrunde auch bei mir auf dem kanal auf instagram und ich habe auch überlegt und werde das auch irgendwann nochmal machen dass ich ein ausführlicheres video über die ausbindezügel und deren funktion mache ja genau weil ich finde das basis wissen was auch ausbinder angeht ist viel zu gering man weiß nicht wofür nutze ich einen dreieckszügel wofür nehme ich einen laufer zügel wofür nehme ich einen ausbindezügel ich bin natürlich kein freund davon ein pferd irgendwie zu eng was weiß ich was tief irgendwo auszuschnallen auszubinden und ihn irgendwo eine haltung zu zwingen und wenn ich mein pferd auch durchs genick reiten kann dann macht es für mich beim reiten überhaupt keinen sinn ausbinder drauf zu machen ja aber gerade für reitanfänger und sowas finde ich ausbinder super wichtig aber wie gesagt das ist ein ganz separates thema ihr wisst ja ich longiere ruby eigentlich überwiegend am kappzaun ich habe jetzt angefangen aber auch mit ausbindern zu longieren weil ich gerade aktuell einen longierkurs mit mache der super super interessant ist und mir auch echt super super viel bringt ruby ist zwar am kotzen weil er wirklich richtig arbeiten muss und er auch immer noch nicht so hundertprozentig happy ist mit seinen ausbindern aber da muss er halt auch eben durch ich muss mal gucken muss davon mal echt videos machen also ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen dass jetzt mal dass ich ihn auch irgendwie eng ausbinde oder so im gegenteil eigentlich sind seine ausbinder viel zu lang eingeschnallt aber er mag es einfach generell nicht so der nörgelt dann so am anfang gerade so ein bisschen rum oder er drückt halt sehr aufs gebiss dann drauf also versucht gegen die ausbinder zu drücken aber nach unten weg bei ihm aber er hat sich dann nach zehn minuten damit arrangiert und dann läuft er auch brav ich habe auch bewusst auch etwas hin und her überlegt ob ich das mit den ausbindern machen soll aber wir haben tatsächlich auch gerade beim longieren am kappzaun ein paar defizite die ich eben am kappzaun so nicht reguliert bekommen dass er zum beispiel klassisch also ein beispiel jetzt einfach links angaloppieren drückt er einmal immer nach oben weg der drückt in der andehnung einmal immer nach oben weg drückt dadurch den rücken weg und kommt mit der hinterhand nicht mehr nach das heißt ich muss dann erst wieder wirklich an die hinterhand rangehen damit er dann gescheit galoppiert das muss aber auch relativ schnell gehen weil ich ihn halt einfach auch nicht sechs runden galoppieren lassen würde das hat nämlich auch keinen zweck so und das konnte ich jetzt mit den ausbindern tatsächlich echt gut mal korrigieren wie gesagt er hat die ausbinder so dass er eigentlich im prinzip immer noch sehr nach oben rauskommen kann aber er kann halt nicht mehr so nach den kopf nach oben weg drücken der geht so vor der senkrechten der ist ja sehr locker eingeschnallt aber so dass einfach so ein kleiner gegenzug kommen würde wenn er halt einfach so macht und ja also das machen wir jetzt aktuell das ist das auch für mich wieder eine neue erfahrung gewesen weil ich ja über fünf sechs jahre lang am kappzaun longiert habe und nicht an aus mit ausbindern oder so wir gewöhnen uns aber gerade sehr gut daran und ich habe das halt auch einfach den longierkurs auch mitgenommen weil ich ja auch gerade für q das vielleicht irgendwann brauchen werde gerade wenn es jetzt ums thema auch irgendwann mit einem anlongieren geht und deshalb war mir das für mich sehr wichtig dass ich mich da vorher noch mal fortbilde und ja so longieren wir jetzt aktuell aber auch jetzt auch wenn wir den kurs machen longiere ich trotzdem zwischendurch immer noch am kappzaun hatte dein mann vorher schon mal etwas mit pferden zu tun und reitet er auch ähm nein nein er hatte vorher nichts mit pferden zu tun und er reitet auch nicht und er möchte auch nicht reiten er hat nicht die ambitionen dazu sich irgendwie aufs pferd zu setzen und damit kommen wir auch schon zur letzten frage weil das video ist glaube ich jetzt schon lange genug und die frage wäre hast du gedacht mit ruby je so weit zu kommen und das ist eine frage nein also kann ich ganz klar sagen nein das war hatte ich nie gedacht also wir haben ja ruby aus dem grund gekauft weil ich ein solides freizeitpferd haben wollte der brav ist mit dem ich auch mal ins gelände gehen kann wo ich vielleicht erfolgreich mal mit a dressur reiten kann und wie gesagt mein drame der traum war es halt einfach auch mal a dressur zu reiten dass sich das alles so entwickelt hat das habe ich auch auch in der anfangszeit oder zwei jahre nachdem wir hatten nie gedacht also das hat sich ja wirklich so von jahr zu jahr einfach weiterentwickelt und wir haben unsere von jahr zu jahr unsere ziele und so weiter gesteckt und hätte mir damals das einer gesagt dass ich mit dem pferd irgendwann mal bis hinter eins reiten würde hätte ich dem gesagt ist klar man kann also am ende sagen steckt euch einfach wirklich realistische ziele die ihr auch wirklich erreichen können von jahr zu jahr das steigert einfach die motivation aber glaubt auch immer an eure träume denn träume sind tatsächlich auch erreichbar vielen dank fürs zuschauen meine lieben ich weiß es war nicht alle fragen wie ihr mir gestellt hat aber das video wäre glaube ich sonst eine stunde lang geworden aber ich mache gerne demnächst dann einfach noch mal ein zweites video vielleicht so in vier bis acht wochen wenn einfach das vielleicht auch neue fragen auch mit dem kleinen aufkommen und genau bedanke mich fürs zusehen vielen dank dass ihr dabei wart und bis zum nächsten mal tschau tschau